Kaum ist Patch 10.1.5 draußen, hat Blizzard auch schon die ersten Nerfs angekündigt für den Magier. Und zwar gehen diese Nerfs am 19. Juli bei uns in Europa live. Und zwar schreiben sie hier konkret, der AOE-Schaden von Magiern tendiert nach dem letzten Update im Allgemeinen etwas höher als es uns lieb ist. Wir planen deshalb einige gezielte Anpassungen an den AOE-Zaubersprüchen von Magier vorzunehmen, um sie auf ein vernünftigeres Niveau zu senken. Zusätzlich zu den AOE-Anpassungen wird es bei Feuer einige zusätzliche Anpassungen geben, da der Schaden von Feuer-Einzel-Zielen, sprich Single-Target, ebenfalls höher ist als beabsichtigt. Blizzard beabsichtigt nämlich, dass der Magier Schmutz ist. Gut, dann geht es jetzt rein hier in die Nerfs. Beim Feuermagier, der Schaden aller Fähigkeiten wurde um 5% verringert oder wird um 5% verringert. Der Schaden von Flammenstoß wird ebenfalls um 6% verringert und Flammenstoß verursacht jetzt bei mehr als 8 Zielen verringerten Schaden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schade für den AOE-Schaden des Feuermagiers. Außerdem, der Schaden von Flammenfeld, von dem Talent, wird auch um 6% verringert und Flammenfeld verursacht ebenfalls jetzt bei mehr als 8 Zielen verringerten oder weniger Schaden. Und Segen des Sonnenkönigs wird auch ein wenig genervt und zwar führt das jetzt dazu, dass ihr nächster Pyroschlag oder Flammenstoß 260% mehr Schaden verursacht, vorher war es 275%. Ja, was kann man dazu sagen? Der Feuermagier wird brutal hier genervt, der ist halt aktuell einfach zu OP, zu broken, zu stark, weil man einfach mit Abstand im Overall-DPS, wenn man einigermaßen richtig spielt in M+, auf dem ersten Platz ist und das geht halt nicht klar. Das ist ein bisschen unfair, kann ich auch verstehen irgendwo, aber natürlich trotzdem schade für uns. Ich denke aber trotzdem, auch wenn das natürlich krasse Nerfs sind, ich glaube nicht, dass wir die schlechteste Klasse im Spiel sind. Ich denke, wir werden immer noch relativ gut dabei sein, mal abwarten und Tee trinken, wie sich das Ganze dann anfühlt, wenn es am 19. Juni bei uns in Europa live gehen wird. Allerdings wird hier nicht nur der Feuermagier genervt, sondern auch der Frostmagier ist zu stark und dementsprechend wird der Schaden von Gefrorene Kugel um 5% verringert. Der Schaden von Blizzard wird um 4% verringert, der Schaden von Kometensturm oder Kometenhagel wird um 5% verringert und der Minusschaden an Festgefahrenen bzw. Festgefrorenen und Eingefrorenen Zielen wird auf 5 bzw. 10% verringert. Mit Minusschaden ist das Talent Sub-Zero im Deutschen unter 0 und nicht Minusschaden 4 Dinge, die hier genervt werden beim Frostmagier. Das ist schade, aber so ist es. Und zu guter Letzt haben wir hier noch den Arkan-Magier. Auch der Arkan-Magier wird größtenteils genervt. Der Schaden von Arkanes Sperrfeuer wird zwar um 3% erhöht. Ich glaube, mit Arkanes Sperrfeuer ist Arkan Beschuss gemeint. Resonanz erhöht jetzt den Schaden pro von Arkanes oder Arkan Beschuss getroffenes Ziel um 10%, feiert 12%, also auch ein Nerf. Und der Schaden von Arkan-Explosion wird um 6% verringert, der Schaden von Arkan-Kugel wird um 8% verringert. Und abschließend schreibt hier Blizzard nochmal folgendes. Wir beabsichtigen, die oben genannten Änderungen mit der geplanten wöchentlichen Wartung am Mittwoch, sprich mit dem wöchentlichen Reset, dem 19. Juli in dieser Region vorzunehmen. Also diese Nerfs sind jetzt noch nicht aktiv, sondern erst ab dem 19. Juli. Schöne Nerfs hier für den Magier. Also ihr könnt jetzt noch eine Woche richtig schön Spaß haben und den OP, den Broken Magier genießen. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr irgendwie Raider.io pushen wollt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, weil danach wird es auf jeden Fall, nach diesen Nerfs wird es auf jeden Fall wieder schwerer sein, höhere Keys zu timen, einfach weil man halt dann genervt ist und alle Leute, die jetzt gerade nicht spielen und erst später in der Season pushen, die haben dann gefühlt auch schon einen Nachteil, würde ich behaupten, weil das ist eigentlich ziemlich unfair. Und ich finde es auch nicht so gut, dass Blizzard halt mitten in einer Season, während die Season läuft, so einen gravierenden Patch bringt wie 10.1.5, der massiv viele Dinge beeinflusst, vor allem in der Myth-Plus-Season, weil der Verstärkungsrufer ist da, der macht die ganzen Keys alle viel leichter, die hohen Keys, die High-Key-Push-Keys und zum anderen halt, dass Feuermagier reworked wird, hat jetzt auch dafür gesorgt, dass da jetzt viel moderner auch zu spielen ist, aber auch halt anscheinend viel zu stark released worden ist. Das ist natürlich sehr, sehr schade an der Stelle, aber so ist es. Ich hätte mir aber gewünscht, dass Blizzard diesen Mage-Rework und auch vielleicht den Verstärkungsrufer auf Patch 10.2 verschoben hätte oder Start von Season 3, weil dann hätte man das direkt zum Start von der Season gehabt und nicht jetzt irgendwie mitten in der Season, dass es alles beeinflusst. Das ist ein bisschen schade, aber gut, so ist es. Es ist Blizzard, ihr Spiel, wir müssen damit leben, was wir serviert bekommen. Außerdem, was vielleicht auch noch interessant für euch ist, was aber nicht wirklich zum Thema gehört, deswegen nur ganz kurz gehe ich nochmal darauf ein zum Abschluss, und zwar wird Rashok, der fünfte Boss in Avaros, genervt im Raid auf mythischen Schwierigkeitsgrad. Wird dieser Boss genervt, ist ein bisschen zu schwer gewesen, und dann schaffen den auf jeden Fall mehr Leute auf mythischen Schwierigkeitsgrad. Das ist schön. Und ja, das ist es auch schon gewesen von diesem Infovideo. Wenn es euch gefallen oder geholfen hat, gerne noch ein Like da lasst. Wenn ich da nicht, schreibt mir gerne eure Meinungen zu den ganzen Nerfs hier in die Kommentare oder auch generell, wie ihr das findet, dass Verstärkungsrufer und Firemages jetzt so stark sind, mitten in der Season auf einmal stark gemacht worden sind. Ansonsten würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, hört rein. Ciao, ciao. Ciao.